Ah, das war der erste Kill. Habe ich ihn wieder ausgemacht, den brachten wir momentan nicht. Ne, nichts getroffen. Aber gute Reichweite haben wir. Das gefällt mir. Und ein 177er Crit. So. Da ist noch einer. Oh, einen Böckerstein, die brauchen wir gar nicht. Und, hopp. Okay, eins haben wir wieder fort. Ist denn gut? Und wir haben es beide. Okay, dann können wir mal probieren gehen. Wenn die droppen würden. Hier hast du einen Schlangenbiss. Ah, toll. Da hat er nicht mal geschossen. Lass mich in Ruhe. Ah, die Flagge. Drop nicht. Was ist denn das? Oh. Komm schon. Jetzt kommt Rob endlich dieses Zeug. Hä? Verpackt. Nein. Wiem. Wo ist denn du? Ich weiß nicht. Wiem. Ja, das ist das. Wiem. Irgendwo habe ich das. Wo man die Reichweite... Ah, das ist passiv. Okay. Da könnte ich nämlich snipen dann später, der war so. Ähm, die droppen, nix. Kondosaur! Ich will aber... Nix. Hm, langsam werde ich nachdenklich. Ob es wieder verbuggt ist oder so. Auch nix. Keine items droppen. Gar nix. Na dann mach ich die Quest dann später. Hm, will einfach nicht drauf. Ja, wir brechen die Quest ab. Also ich mach sie dann später. Noch den besiegen kurz. So. Also solche Quests sind immer irgendwie komisch. Viele geben nach dem ersten Mal schon die Seiten. Und einige erst beim hunderttausendsten Mal. Irgendwie verstehe ich das Prinzip nicht. So, also. Also zum Tor. Meine Katze jammert schon wieder. Oh je. Miau! Miau, miau! Was ist die denn immer von mir? Ich kann ja zu den anderen gehen. Wieso immer von mir her? Wieso muss ich immer aufstehen? Das ist unfair. Wieso? Wieso? Was ist denn das? Ah. Ein Wolfarsch mit Schwanz. So, also. Wo ist das Tor? Da vorne. Da vorne. Da vorne. Hm, irgendwie wird auch nichts mehr gechattet. Oder ist... Ist er verpackt? Also gehen wir mal zum Bind. Wir gehen oben durch. Jetzt doch immer Stein. Wo seid ihr? Hier. Ich sehe nur runde, stumpfe Steine. Und keine. Anständigen. Die man auch sammeln kann. Irgendwo, irgendwann. Irgendwann. Irgendwo, irgendwie. Irgendwann. Tralala. Ich weiß nicht mehr weiter. Mal hier wieder runter. Wir laufen einfach mal mit ein paar Leuten. Ja, nach. Und, ja. Steppen halt. Das. Ich weiß nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, Links. Hm, das ist eine Kommission. So, ich sehe ihn. Jetzt hier Leute, die gerade weg gehen. Aber ich komme nicht mehr weg. Oh, da ist Colton, die hier ist im Chat. Raus, Hexe. Stell ihn weg, Skulliwag. Winnie Pooh. So ein Bären wäre doch geil. Mal schauen, was ich nehme. Können wir mal schauen. Ein Panther. Ein Grizzly Bär. Oh, der sieht cool aus. Ein Albino Bär. Der war noch etwas für mich. Aber ein Bär wäre eher etwas für ein Babar. Ich weiß nicht. Für einen Schützen wäre irgendwie... Ein Eisroß. Nein. Das finde ich gut aus. Flammenroß. Ja. Ja. Das ist ja schon irgendwie eines am schönsten aus. Ich weiß nicht. Es gibt ja irgendwo auch noch ein Pferd da. Aber nur einen Tag. Wie sollen wir uns verkleiden? Weiß nicht. Wir machen uns grün und schwarz. Das ist ja nur ein Pferd. Untertitelung des ZDF, 2020